Eure Mutter und ich stehen zur Zeit unter ziemlich großem Druck. Wir haben unsere Kontoauszüge angesehen und... Kurt, sie nehmen dich von der Schule. Wir nehmen dich nicht ganz von der Schule, du sollst nur die Schule wechseln. Du bist also der Neue. Wie heißt du? Connor Lawler. Ruhe! Hier werden schwarze Schuhe getragen, Mr. Lawler. Sie sind braun, sehen doch ganz vernünftig aus. Sie sind nicht schwarz. Keine Ahnung, was dieser neue Knast aus dir machen wird. Das ist deine große Zeit, Mann. Wer ist das? Sie ist wunderschön. Warum bist du nicht in der Schule? Ich bin Model. Willst du in einem Video für meine Band mitspielen? Wenn du eine Band hast, sing mir was vor. Take on me. Wir müssen eine Band gründen. Was? Connor sucht Leute für eine Band. Och, nicht das noch. Du beherrschst doch jedes Instrument auf der Welt. Schon möglich. Zeig's ihm. Es geht doch um dieses Mädchen, oder? Was ist das? Hausaufgaben. Ich muss morgen zur Schule. Das ist Schule. Rock'n'Roll bedeutet Risiko. Du riskierst dich lächerlich zu machen. Oh Gott, was habt ihr denn da alle an? Ja, daran arbeiten wir noch. Das hat Spaß gemacht. Ja, das war echt lustig. Hast du sie schon geküsst? Sie hat einen Freund. Ist in seinem Auto mit lauter Musik losgefahren. Welche Musik hat er erlaufen? Genesis. Keine Frau kann ernsthaft einen Mann leben, der Phil Collins hört. Und der Kerl mit dem Auto? Das ist kompliziert. Solange du glücklich bist. Du hast ihr ja echt was vorgenommen. Bist du bereit dafür? Ich finde, sie ist ein ganz besonderer Mensch. Greif nach den Sternen, Connor. Disco zum Schuljahresende in der Turnhalle. Wir fragen, ob wir das spielen dürfen. Unser erster Auftritt. Das wird der Wahnsinn. Ich versuche zu kommen. Du musst kommen. Das sind nicht gerade die Beatles. Leute, ich liebe diese Band. Wie würdest du deinen Stil nennen? Ich bin Futterist. Dann sehen wir uns in der Zukunft.